Wir haben hier die Sanotep-Technologie. Das setzen wir super ein. Ich erkläre mal, wie wichtig es ist, wie man das appliziert, wie man das auf die Haut klebt und wie sauber die Haut sein sollte. Also, wenn jemand Probleme hat mit Reaktionen, wie allergische Reaktionen, das liegt meistens darin, dass in den Poren Rückstände sind von Cremes, von Salben oder von Chemie oder vom Alkohol. Das muss mit lauwarm oder Wasser abgewaschen werden, getrocknet werden, gerieben werden und dann kannst du dieses schöne hauchlöne Tape, das hat hier ein Backing, das heißt, du kannst durch das Backing durchschauen. Ich zeige das mal hier an der Innenseite, wenn man hier eine Narbe haben sollte oder eine andere Stelle, die wehtut, dann gehst du hier einfach so drauf, hast vorher das sauber gemacht, reibst das so ein bisschen, das warm ist und dann nimmst du einfach das Tape, die Folie wird dann auf die betroffene Stelle so appliziert, so draufgeklebt, so ganz dünn und dann klebst du das so drüber, das so drauftapeziert und dann drückst du das so an, so ein bisschen. Und jetzt sieht man dieses durchsichtige Backing, das ist der Träger dieser Folie und dieser Träger, da kannst du die Haut unten drunter kontrollieren, ob das alles schön in Ordnung ist. Das ist ein super Produkt, ein super Design, hat einen wahnsinnigen Tragekomfort, du spürst das nicht, kannst du auch ins Gesicht packen, das spürt man nicht. Also wenn man jetzt eine Druckstellung hat, eine Rötung hat und dann kann man es drauf lassen über zwei, drei Tage und macht das mal so.